Assalamu alaikum und willkommen bei Kopftuchmädchen. Achtung, hier erwartet sich ganz viel Kopftuchmädchen-Power. Wir sind das erste Medien-Startup für muslimische Frauenstimmen. Authentisch, schlagfertig, muslimisch. Kopftuchmädchen zeigt Lebensrealitäten muslimischer Frauen. Unsere Lebensrealitäten. Wenn ich nur so junge Frauen sehe wie euch, das ist wie so ein Energy-Drink. Und das im Ramadan. Wir machen Muslimas sichtbar. Wir empowern sie. Wir zeigen einen selbstbewussten Umgang mit der religiösen Identität. Mit eurer Unterstützung werden wir Videos und Kurzfilme produzieren. Unseren eigenen Blog starten und coole Community-Events für euch veranstalten. Vielen Dank an alle Kopftuchmädchen-Supporterinnen. Ohne euch wären wir niemals so weit gekommen. Ich gehe raus in die Welt und zeige, hey, ich bin stolz für Muslime und ich will, dass alle das sehen. Und ich will mich nicht verstecken. Werde jetzt Teil unserer einzigartigen Community. Weissten. Und ich will mich immer wiederholen. четыre Dollar. Bitte. Also care.